Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, wir schauen uns heute wieder die Fußstapfen des Geldes an. Heißt, wir gucken uns die aktuellen Charts an und das ist wirklich spannend, was wir hier momentan sehen. Wie immer zuerst der Blick auf den DAX und der hatte mir ja zuletzt ein Bein gestellt. Wir hatten hier den Ausbruch nach unten gesehen und sind dann doch nicht, wie erwartet, deutlich gefallen in Richtung 10.000 Punkte, sondern die Käufer haben sich hier wieder ein Herz gefasst und sind jetzt tatsächlich doch recht deutlich wieder vom Tief nach oben angezogen. Und jetzt haben wir die nächste Hürde im Bereich 13.800 bis 14.000 Punkte. Und hier ist erst einmal wieder mit einer Gegenreaktion zu rechnen. Und hier können tatsächlich mögliche Short-Positionen für eine kurzfristige Haltedauer, vielleicht ein, zwei Wochen in ungefähr, können hier aufgebaut werden. Da müssen wir dann aber wirklich eng verfolgen, wie entsprechend dann die Abwärtsbewegung vonstatten geht, beziehungsweise welche Reaktion der Markt hier oben dann ausbildet. Laufen wir nur seitwärts auf hohem Niveau, so ein, zwei Wochen, dann ist das ein klares Zeichen der Stärke. Dann haben wir eine gute Chance wieder in Richtung 15.000 Punkte und da ist der nächste Short-Einstieg. Und geht es direkt abwärts, dann wird es spannend. Besonders interessant zu sehen, ich möchte ja auch, dass Sie wieder etwas lernen, wir betrachten diese Aufwärtsbewegung und jetzt die aktuelle Aufwärtsbewegung. Die laufen ja ineinander über, die nehmen hier die gleiche Punktzahl ein. Und das ist ein Zeichen für eine Stärke, also beziehungsweise für eine Schwäche des Abwärtstrends. Wenn es den Verkäufern nochmal gelingen sollte, das wissen wir alle nicht, so in Richtung 12.000, vielleicht 12.000 zu fallen, da müssen wir wieder verstärkt auf Kaufsignale achten, so Schatten unten, vielleicht großes Handelsvolumen. Denn dann haben wir hier die Chance für eine langfristige Bodenbildung und dann entsprechend hier wieder die Aufwärtsbewegung zu sehen. Schauen wir uns den S&P 500 an. Und hier hat das Unterstützungsniveau, da hatte ich zuletzt immer gesagt, 3.500 ist markante Unterstützung, 3.500 bis 3.600 Punkte, die wurde genau abgearbeitet. Es war trotzdem nicht leicht, es war alles andere als leicht. Das war eigentlich der Auslöser. Hier nach unten gab es großes Handelsvolumen, angetäuschender, dass der Markt jetzt aufgibt, dass der Markt nach unten durchbricht. Und zum Handelsschluss hin haben die Käufer aber deutlich zugegriffen. So, das war ein starkes Zeichen. Gleich am nächsten Tag ging es aber erstmal wieder nach unten. Oh, und da war Zittern angesagt. Letztendlich haben sich jetzt dann die Käufer durchgesetzt. Und so wie zuletzt beschrieben, müssen wir damit rechnen oder können wir damit rechnen, dass wir in Richtung 4.300 Punkte nach oben wieder anziehen. 4.2, 4.3 ist so das übergeordnete Ziel. Das müssen wir tatsächlich auf der Uhr haben. Und wenn das tatsächlich so kommt, dann haben wir insgesamt ein sehr starkes Zeichen. Was würde das Chartbild eintrügen? Man muss sich ja immer Gedanken machen. Man muss gucken, okay, wenn man einen guten Einstieg erwischt hat, dann muss man ja gucken, dass man die Früchte auch ernten kann irgendwann. Dass man die Schäfchen ins Trockene bringt. Was wäre negativ jetzt? Wenn wir hier gelbe Szenarien, wenn wir seitwärts laufen. Wir haben schon ein bisschen Stärken gesehen, dass wir den Widerstand erreicht haben. Das ist schon mal gut. Jetzt deutlich tiefere Kurse sind aber längerfristig nicht gut. Denn dann werden wir uns wahrscheinlich, ich sag mal so, in Richtung Jahresende seitwärts bewegen. Und da haben wir die Gefahr, es ist erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich durchrutschen und neue Tiefs ausbilden. Also aktuell ist erstmal noch alles gut, aber darauf achten, diese Seitwärtsbewegung, nichts gut. Was ich auch überhaupt nicht gut finde, ist so eine einseitige Darstellung von der Qualität, vom Trading oder von Chart-Technik. Denn es gibt große YouTube-Kanäle, die da total drauf hauen. Die sagen, ach Chart-Technik, das funktioniert alles nicht. Und da habe ich zum letzten Video auf meinem Kanal veröffentlicht, Mario Steinrücken. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das Video anguckt und mir einfach einen Kommentar da lasst, was ihr dazu denkt, was ihr zum Thema Chart-Technik, was ihr zum Thema Trading denkt. Jetzt kommen wir zum eigentlich schlechtesten US-Markt und zwar Nasdaq. Hier haben wir auch die Aufwärtsbewegung gesehen und wir sind schon wieder sehr weit zurückgelaufen. Und das ist alles andere als gut. Das ist alles andere als ein starkes Zeichen, dass diese Unterstützung hier längerfristig hält. Hier das Szenario, auch hier hatte ich eher das Szenario aufgestellt. Test vom Unterstützungsniveau und wieder in Richtung des letzten Verlaufs hoch. Aber jetzt zeigt sich, er nur seitwärts. Und genau darauf müssen wir im Trading achten. Das hat mit Chart-Analyse an sich erstmal nicht zu tun, sondern mit allgemeinem Marktverständnis. Und das kann man ja auch lernen. Und wenn man entsprechend diese Zeit sieht, ich sage mal, ich habe mich hier long positioniert. Und wenn es nicht so kommt, wie erwartet, wenn der Markt nicht die Stärke zeigt, die ich erwartet habe, dann muss ich natürlich reagieren, die Reißleine ziehen und, ich sage mal, vielleicht long position, die ich aufgebaut habe, muss ich vielleicht ein bisschen runterfahren oder komplett glatt stellen oder vielleicht verstärkt wieder auf Short-Position setzen. All solche Sachen muss man sich am besten im Vorfeld schon klar festschreiben. Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Und richtig stark dagegen die Blue Chips. Dow Jones vom Tief ordentlich nach oben gelaufen. Das ist dynamisch. Das geht richtig schnell. Und das ist ein gutes Zeichen. Und das zeigt mir so ein Stück weit, dass man tatsächlich Nasdaq eher mit Vorsicht genießen muss, momentan noch mit einstiegen. Blue Chips dagegen relativ stabil. Also man hat auch schon zum Anfang des Crashs gesehen, dass so eher value-orientiert das Geld da reinfließt. Also so ein Stück weit sichere Hafen-Positionen aufgebaut werden. Und das scheint sich hier jetzt einfach nochmal verstärkt darzustellen. Gucken wir uns den Euro-US-Dollar an. 0,96, das Unterstützungsniveau, hatten wir zuletzt auch schon immer gesagt. Da ist eine Gegenbewegung sehr wahrscheinlich. Die Gegenbewegung ist gekommen oder ist aktuell noch dabei. Aber auch die sieht leider nicht so wie im Dow Jones gerade aus. So bam, schön schnell steil nach oben, sondern eher hoch, runter, hoch. Jetzt laufen wir auch hier schon wieder in diese Abwärtsbewegung. Laufen wir jetzt schon wieder so leicht rein. Und das ist auch wieder ein Zeichen von Überlappung. Und das ist kein gutes Zeichen für einen größeren Anstieg. 1,04 halte ich immer noch für möglich. Aber je tiefer wir jetzt laufen, da sehe ich mal eher noch die 0,86 als nächstes Ziel nach unten. Jetzt gucken wir uns das Silber an. Das Gold brauchen wir uns gar nicht anschauen. Das ist nämlich auch echt schwer momentan zu lesen. Genau wie das Silber. Hier sehe ich eher mal so eine expandierende Formation. Also leicht neue Hochs, leicht neue Tiefs. Das Ganze im Wechsel. Das ist immer schmerzhaft für Anleger, für Trader. Oder da erwartet man jetzt endlich den Schwung nach oben und dann geht es doch wieder auf die Finger. Und wenn sich so etwas abzeichnet oder wenn man allgemein merkt, ach so richtig, irgendwie kann ich den Markt nicht ganz deuten, läuft nicht so richtig, wie ich mir das erwartet habe, dann ist es einfach mal gut, sich an die Seitenlinie zu stellen und mal ganz entspannt abzuwarten. beziehungsweise es gibt ja auch noch andere schöne Märkte. Da kann man sich dann mal eher woanders umschauen, wo man vielleicht Situationen vorfindet, die einfach klarer sind, die eindeutiger sind, die uns eine höhere Wahrscheinlichkeit versprechen. Gucken wir uns den Kupferpreis an. Und auch hier von Dynamik ist da momentan nichts zu sehen. Zuletzt hatten wir Dynamik nach unten. Hier schnelle Bewegung. Und jetzt an der Unterstützung, erwartungsgemäß, sehen wir eine Reaktion nach oben. Die fällt aber eben halt nicht dynamisch aus. Und die Unterstützung ist erstmal noch Unterstützung. Aber insgesamt, da wir uns jetzt schon so lange auf dem niedrigen Niveau aufhalten, muss man auch hier damit rechnen, dass nochmal eine Etage tiefer geht. Wenn man also hier so eine Unterstützung kauft und man sieht nur sowas, dann muss man sich wirklich einfach Gedanken darüber machen, bin ich noch richtig in meiner Position oder sollte ich mal etwas verändern? Und wenn es so aussieht wie jetzt, dann bin ich zumindest einfach so, dass ich sage, na gut, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann gehe ich einfach aus der Position raus. In diesem Fall nimmt man irgendeinen kleinen Gewinn mit. Ist nicht das, was man erwartet hat, aber so ist es nun mal an der Börse. Spannend wird es in China. Allerdings, Achtung, großer Risikohinweis. Wenn sich der Konflikt China zu Russland irgendwie weiter verschärft, könnte es natürlich passieren, dass wir hier in Deutschland chinesische Aktien nicht mehr handeln dürfen oder so, was einem Totalverlust gleichkommen würde. Deswegen ist es hier mit großer Vorsicht zu genießen, aus rein ostschadtechnischer Sicht, aber sehr interessant. Denn Märkte bewegen sich ja immer in ganz ähnlichen Zyklen. Und wenn man sich jetzt einfach mal hier nur diesen Zyklus, diesen dynamischen nach oben anschaut und diesen nach unten, die haben zwar aktuell noch nicht die gleiche Größenordnung eingenommen, aber dennoch können wir sagen, dass die Abwärtsbewegung von 4.500, die auch noch relativ schnell ging, Anfang Juli war das bis jetzt, von 4.500 auf 3.500, da wurde doch schon eine Menge Luft abgelassen. Und an dem Unterstützungsniveau, wo wir uns aktuell aufhalten, ist auch hier wieder mit einer Gegenreaktion zu rechnen. In der Presse ist zuletzt wieder zu lesen, Crash in China, alles bricht zusammen. Und solche, wenn es groß läutet draußen, dann muss man eigentlich mal gucken, ob man nicht vielleicht anfängt, langsam die Gegenposition einzunehmen. Antizyklisches Handeln. Aber auch das immer ganz wichtig, niemals ohne Sicherungsnetz, denn wir wissen nicht, auch wenn wir mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sagen können, okay, eine Reaktion ist zu erwarten. Natürlich kann es passieren, dass zu einem Unterstützungsniveau, einfach wie durch Butter durchsäbelt wird, und dann stehen wir doof da. Dafür gibt es das Thema Risikomanningmanagement, das heißt, man muss vorher gucken, okay, wie viel darf ich verlieren, wie viel bin ich bereit zu verlieren. Dann muss man sich eine Stop-Marke aussuchen aus dem Markt, ich sage mal ablesen, wo macht es keinen Sinn mehr, meine Erwartung, wann wird sie wahrscheinlich nicht mehr aufgehen, und da muss man aus der Position aussteigen, und dann ist es einfach ein ganz normaler, kalkulierter Verlust, wie er einfach im Geschäftsleben immer wieder auftritt. Und genau das ist Tray. Und wenn Sie Blut geleckt haben, wenn Sie die Fußstapfen des Geldes am Chart ablesen lernen möchten, dann schauen Sie gerne bei mir auf dersteinrückenakademie.de und tragen Sie sich dort für ein Strategiegespräch ein, oder schauen Sie sich natürlich auch sehr gerne weitere Videos von mir auf meinem YouTube-Kanal an.